Er Mechaniker, sie hochintelligente Mathematikerin. Sie würde niemals mit einem wie Ihnen ausgehen. Mit ein klein wenig Hilfe. Ja, Sie sind Albert Einstein. Gibt er vor, jemand zu sein, der er gar nicht ist. Wieso tun Sie das? Ich möchte Sie nur zum Lachen bringen. Ach so. Mac Ryan, Tim Robbins und Walter Matthau als Albert Einstein. Er ist Mechaniker. Ich war Angestellter. In IQ. Liebe ist relativ. Im Disney Channel. Im Disney Channel.